Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.900 US-Dollar. Wir haben unseren Pump wie prognostiziert bekommen. Wir haben sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. In der Spitze sind wir auf 27.300 US-Dollar gestogen. Haben uns also im Endeffekt die Liquidität hier drüber geholt und seitdem so eine ganz, ganz kleine Konsolidierungsphase. Werden jetzt diese Gewinne wieder abverkauft, sehen wir möglicherweise einen weiteren Pump. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Und natürlich auch, was macht unser Ethereum-Trade, weil ich da auch gestern noch so ein kleines Update gegeben habe. Das werden wir uns natürlich auch anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News. Und hier nochmal so einen kleinen Trade. Kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und ja, wenn ihr noch eine Börse sucht, meldet euch gerne bei BingX an. Wenn ihr dort 100 USDT einzahlt, keine Sorge, ihr müsst diese nicht verwenden. Dann kriegt ihr noch 50 USDT als Free-Trades dazu, die ihr dann einsetzen könnt, um die Börse zu testen. Um euch schon mal ein bisschen Vermögen dort aufzubauen. Aber ich sage immer noch gerne dazu, nur wenn ihr Erfahrung habt. Also fangt nicht einfach blind mit dem Traden an. Macht euch erst oder übt ein bisschen von mir aus auch auf der Börse mit Demogeld oder sonst was. Aber versucht hier nicht mit Hunderterhebeln oder sowas mit dem Traden zu beginnen. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 26.900 US-Dollar. Derzeit in der Spitze, wie gesagt, waren wir ja bei 27.300 US-Dollar. Wir haben hier oben das Top leider nicht mehr erreicht. Also das bisschen hätte er jetzt auch noch machen können. Aber im Endeffekt haben wir diese ganze Gegenbewegung, die wir gestern mal darüber gesprochen haben, wenn wir auf einen 1-Stunden-Chart gehen. Also hier, wo das Volumen lag, das war ja unser Fahrplan, dass wir ein höheres Hoch nochmal reinkriegen. Und dann möglicherweise diesen Abverkauf. Den Abverkauf haben wir noch nicht gesehen bisher. Wir versuchen derzeit diese Widerstandsrange sogar ein bisschen als Support zu holen. Und was ihr auch seht, wir hatten gestern einen sehr, sehr starken Volumenimpuls. Das hat auch ein bisschen mit den US-amerikanischen Börsen zu sehen. Wenn ich nämlich da mal ganz kurz rübergehe, wenn wir uns zum Beispiel mal S&P 500 angucken, deutliche Erholung gesehen. Und vor allem lag das daran, dass wir beim DXY den Widerstand getestet haben, beziehungsweise hier oben dann einen deutlichen Abverkauf gesehen haben. Und jetzt versuchen, unseren ehemaligen Widerstand als Support noch einmal zu testen. Also diese Erholung könnte auch nur von kurzer Dauer gewesen sein. Wie gesagt, schwächerer US-Dollar, stärkere Börsen und natürlich auch stärkerer Bitcoin. Sollten wir dort heute Richtung Freitag wieder diese Erholung sehen, kann ich mir weiterhin sehr, sehr gut vorstellen, dass genau dieser Fahrplan hier Richtung 25.000, 25.500 US-Dollar auf jeden Fall noch rankommt. Also wirklich bullisch bin ich weiterhin nicht. Daran hat sich an der Gesamtsituation nichts geändert. Weder auf den größeren Timeframes, wenn wir uns das mal Daily angucken, wir sind weiterhin in dieser Abwärtsstruktur gefangen. Wir kriegen kein höheres Hochgebacken. Im Endeffekt holen wir uns auch hier wieder nur die Liquidität auf Daily Close, haben drunter geschlossen. Das heißt, der ganze Abwärtsweg ist immer noch intakt. Wir kriegen kein höheres Hoch. Natürlich können wir sagen, okay, ein höheres Tief haben wir hier schon mittlerweile gebildet, aber das ist einfach zu wenig. Wir brauchen dieses höhere Hoch, um diese Abwärtsstruktur einfach zu brechen. Und danach sieht es einfach derzeit zumindest noch nicht aus. Solange wir das einfach noch nicht schaffen, müssen wir einfach damit rechnen, dass wir nochmal eben tiefere Kurse sehen von 24, 23 oder 22.000 US-Dollar. Die Möglichkeit ist da. Ich möchte es jetzt aber noch nicht beschreien. Also da sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen weit entfernt. Kurzfristig wird es jetzt erstmal interessant werden. Und zwar ziehen wir uns jetzt hier mal das FIP-Level von unserem, ich sage es mal, tief gestern bis zu unserem Top, dass wir möglicherweise hier nochmal so einen kleinen Wendepunkt kriegen bei 26,6. Dort wartet das Golden Pocket auf uns. Das heißt, sollten wir hier auch noch die Ineffizienz dazuschließen, haben wir nochmal die Chance, entweder ein höheres Hoch endlich mal zu bilden, also dass wirklich diese Abwärtsstruktur gebrochen wird, oder halt eben wir fallen komplett durch, so wie wir es gestern im Endeffekt gesprochen haben. Das sind jetzt die zwei Alternativen. Wird interessant zu sehen sein, wie der Markt im Endeffekt reagiert, behaltet aber auf jeden Fall noch den DXY im Auge, weil sollte der auch eine komplette Erholung sehen, dann gehe ich 100% davon aus, dass wir hier einfach komplett runterfallen. Und dann ist es Wochenende schon. Also ich würde heute nicht mehr auf Biegen und Brechen versuchen, hier in irgendwelche Trades reinzugehen, meiner Meinung nach. Ich habe den Short nicht mitgenommen, habe ich ja gestern dazu erklärt, weil mir das Risiko einfach viel zu hoch ist. Aber jetzt gehen wir rüber mal zu Ethereum, wie sieht es dort aus, weil da sind wir in einem Trade drin. Auch hier haben wir etwas überschossen. War aber klar, gestern im Video gesagt, wir werden sehr, sehr wahrscheinlich das Golden Pocket eben nach oben hindurch brechen, weil Bitcoin das Golden Pocket noch nicht getestet hat. Wenn wir uns das nochmal ganz kurz angucken, ich ziehe das hier nochmal ganz kurz. So, da sind wir erst am Golden Pocket nämlich hier dran gewesen, haben ein bisschen gestruggelt und da war Ethereum nämlich schon deutlich über diesem Bereich drin, aber das war so vorprognostiziert. Wir haben dann doch nochmal ein bisschen höher geschlossen, wir sind knapp auf 1668 hochgekommen. Auch hier dieses Top noch nicht abgefischt, hier liegt aber auch nicht wirklich viel sonderlich Volumen. Und dann habe ich gestern noch in der Telegram-Gruppe eben dazu geschrieben, dass ich jetzt Take Profit 3 nehme in dieser grünen Box, die ich euch gerade gezeigt habe, gleichzeitig auch noch einen Short aufmache, aber nur als Hedge. Das heißt, die Position ist genauso groß oder ihr könnt es auch kleiner machen oder hätte es kleiner machen können oder wer jetzt noch rein will, kann es natürlich auch machen, weil im Endeffekt habt ihr dann noch einen besseren Einstieg. Die Position ist genauso oder kleiner, um einfach dann nochmal einen Take Profit irgendwie in der Hinterhand zu haben oder einen Trade dann auf jeden Fall plus minus null zu schließen. Das ist eigentlich so der Sinn dahinter und sollten wir eben einen Rücksetzer kriegen und das schauen wir uns jetzt eben mal an, wenn wir diesen kriegen, können wir die Position wieder ein bisschen hochskalieren. Das ist so die ganze Idee dahinter, deswegen habe ich gerne zwei Trades offen. Auf jeden Fall gleiche Struktur wie eben gerade bei Bitcoin. Wir struggeln hier ein bisschen oben, versuchen aber diese Widerstandszone, genauso wie bei Bitcoin momentan ein bisschen als Support zu bestätigen. Wird sich zeigen, ob dafür die Kraft ausreichend ist. Wir haben sehr, sehr viel Volumen in diesem Top. Also es kann gut möglich sein, dass ich diesen Stop-Loss nochmal minimal anpassen werde, weil wir zwei interessante Zonen haben. Wir haben hier noch diesen WIG und hier eben auch bei uns. Das heißt, diese Zone wird entscheidend sein. Sollten wir hier drüber schließen, dann werden wir wahrscheinlich straight durchballern, mindestens in Richtung knapp 1700 US-Dollar, weil dann haben wir hier drüben noch die Ineffizienz, und hier oben auch noch ein signifikantes Hoch. Also wir haben dann die Chance, zwischen 1700 bis 1730 US-Dollar hoch zu pumpen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, sollten wir jetzt hier diesen Support brechen. Auch hier ganz kurz gucken, wo ist unser Support. Wir ziehen das FIP-Level von unserem gestrigen Tief bis zu unserem Top. Da seht ihr, okay, die vorherige Widerstandsmarke von 1616 US-Dollar. Sollten wir diese antesten. Und jetzt wieder bitte aufpassen, haben wir den ersten Take Profit beim Short erreicht. Das wäre top auf jeden Fall. Und hier unten würde ich die Position verdoppeln, weil wir haben einen sehr, sehr guten Entry hier unten hingelegt, bei 1565, 1564 auf jeden Fall. Und dann können wir die Position verdoppeln und Stop-Loss auf Entry lassen und könnten dann gegebenenfalls diese Gegenbewegung, die dann entsteht, und uns dann Richtung 1700, 1730 bringen könnte, auch nochmal mitnehmen. Position ist wieder fast genauso groß, wie sie vorher war und dann wieder neue Profite nehmen. Und so versuche ich immer, immer wieder diese Trades am Laufen zu lassen. Und ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Also Rücksetzer heute wäre top mit einem stärkeren US-Dollar, um dann hier im Golden Pocket, beziehungsweise vielleicht sogar hier schon am 0,5er, das müssen wir dann mal gucken, je nachdem, wie der Markt dann hier unten reagiert, einzugehen. Bearish Divergence haben wir, also die Chance, dass es auf jeden Fall darunter geht, ist da. Und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns später nochmal. XRP-Update-Video wie jeden Freitag. Wünsche euch schon mal einen schönen Start in die neue Woche, ins Wochenende. Wir hören uns später nochmal. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und bis später. Und wie immer, stay crypto.